Ich weiß nicht, wie wir zwischen 25 und 20 Jahren sind, aber ich mache es einen Augenblick, es macht immer noch Spaß, euch hier begrüßen zu dürfen. Vielen, vielen Dank, dass ihr immer wieder dabei seid. Es ist auch ein ganz schöner Fußmarsch, muss man auch so sagen. Und so angenehnt die Temperatur, aber wir sind ja so zufrieden. Es schneit ja nicht, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, Siedler-Württ, Württ-Siedler-Lund, hier auch gemacht. Hier gibt es echtes Öko-Gemuse.